Spannend! Also, wir sagen Vietnam, wurde ja bei Cervos, war eins von zwei Tagen. Aber, Indien hat auch ein sehr starkes Leid. Also, es ist schwer zu sagen, wenn wir in der Falle nicht wissen. Wir sagen, wir sind in Vietnam und in zwei Tagen. Oh, okay. Nächlich gilt meiner vorliegenden Zeitung. Das ist der kurzen Fahrzeug. Das ist nicht das Gämmig, glaube ich. Das ist auch ein paar Tage. Oh, genau. Das ist nicht das wichtig. Das ist die Phase 4. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020